hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge observer wir sind immer noch auf der suche nach h.n. also entweder hannah nader oder helena nowak wir haben hier mit diesen unbefleckten kurz geredet gehabt und wurden dann zwischenzeitlich auf diese toilette eingesperrt und was mir beim rennen aufgefallen ist ich glaube hier guckt nämlich genau hier guckt nämlich was raus ist der toilette und eventuell mal sehen kommen wir ran nein füllen wir es weg audio oder was ist das radio nicht registrierte vorkriegskomponenten entdecken wer ist dr landis do you know why you're here yes suit I'm afraid it's necessary do you know why Ach, das war's. Ja, Pralle. Kann man hier noch irgendetwas machen? Auch schön, direkt hier. Toilette, Dusche, Badewanne. Jetzt stellt sich die Frage, wie viele Leute da zugleich duschen oder baden oder irgendwas. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir auf direkten Wege mal weiter. War keiner Holocom oder irgendwas? Das ist sehr merkwürdig. Kennen wir dich mal kurz. Bist du Servicedrohne SMD102? Veraltetes Betriebssystem, Modell nicht länger unterstützt. Okay. Interessant, hier ist nichts drauf, auf diesen ganzen Dingern. Irgendwann jetzt, wo geht's hier hin? Ah! Eh! Sebastian Spuska. Spuska. Das ist immer noch merkwürdig mit dieser Sicht hier. Also irgendwas wird einem hier extremst vorgegaukelt. Geht immer noch nicht auf. Also das ist wirklich, das ist wirklich komplett abstrus. Sichthassig. Wollt ihr das? Ekelhaft. Hallo? Huh? Anyone in there? Yes? I'm Mr. KPD. Need to ask you some questions. Oh, and who's your friend? Was? Friend? That's just me, ma'am. Oh, I have to go now. Already. Seht die gute Frau mehr als ich, oder also berechtigterweise mehr als ich? Oder stimmt mit der was nicht? 106. Hier war doch eine. Die. Okay. Okay. I'm with the KPD. Mind if I ask you a few questions? Mrs. Excuse me? Mrs. Nader. All right. Mrs. Nader. What do you want? Have you made any calls in the last hour? No, I have not. Could you check your compass for connections? Somebody may have used it as a proxy. I don't have a compass. Ma'am, is everything all right in there? Are you in some kind of danger? You tell me, officer. I heard the alarms go off. Are the cleaners on their way? Are any of us safe? The lockdown seems to be a malfunction. I don't think we're looking at an outbreak here. Well, I'm sure the other tenants will be glad to hear that. But not you? No, officer. Not me. No compass. I thought pretty much everyone had one at this point. Well, you thought wrong. I don't have any implants of any kind. Okay. If you don't mind my asking, do you live alone? Yes, I do mind. And yes, I live alone. No spouse, but God. Didn't you hear me? I said it was just me. Then why did you insist on being called missus? I'm a widow. My wife died many years ago. In the plague. Okay. Sorry to hear that. Is that why you don't have any implants? Yes. Want to see the scar tissue on my face and neck? It's quite an embroidery. The little monsters really outdid themselves. Or do I have to show you what's left of my arm? Would that satisfy your curiosity? Mrs. Nader, I'm just doing my job. Yes, I've heard that one before. When the cleaners took my Laura away. One of them turned to me and said precisely that. I never saw her again. Not even the body. It's like she never existed. I'm not like that. No? Oh, so you don't work for the corporation? The very same people who took everything I ever had? Just because they pay me, doesn't mean they own me. Well, isn't that a pretty thought? You best get on with your duties, officer. I'm sure you have your hands full. Was jemand aber nicht. Is jemand nicht sehr zufrieden? Oh, it's got two wirklich mieters. Hier ist alles außergewöhnlich. Ja, das bringt keine Punkte. Gut, Skip. Beide hier überall. Oh Gott. Alter. Also irgendwas. Oh, es ist hier ganz, 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 ganz abgefahren. Also... Da steht das Prinzip hier noch nicht ganz mit den Türen. Entschuldigung. Bank. Ah! Ist das wieder was? Eriticule. Broken kneecaps. Multiple bone fractures. Okay. Tod. Was? I can hear you out there. Help me please. Hör mir mal auf sich. Bleh. Stand. Wieder. Ja, ja, gut. Hier noch irgendwas. Weiß ja nie, wo sich hier was verbirgt. Das ist ja so die... ... große Gefahr, dass man irgendwie... ... etwas extremst übersieht. Kompass. Also du bist ein guter Bürger. Ich mag dich sehr. Ja, jetzt reden wir erst noch mit dir. Was ist falsch, Sir? Oh! Ich habe den riesigen Geräusch gehört. Was ist passiert? Es gab einen Lockdown. Einen Lockdown? Nein. Oh Gott, bitte nicht heute. Was ist so speziell über heute? Ich bin... ... um... ... eine medizinische Procedure. Es ist... ... eine private Sache. Ich würde lieber nicht darüber reden. Okay. Du bist okay? Es klingt wie du in pain. Es ist okay. Ich bin einfach... Ich habe eine... ...kondition. Ich warte, um es zu haben. Alles, was ich kann? Was kannst du tun? Sure. If you're an expert in corrective surgery. Expert. Hm. Entschuldigung. Es sollte nichts trinken. Sir, I'm wondering if you've seen anything suspicious lately. I haven't seen anything. In over 40 years. Ah. That's your condition. I... I really don't feel comfortable talking about it. Fine, I won't waste your time then. Wait. I did... ...hear... ...something. Quiet footsteps. Delivering. Heavy breathing. Angry. Not hiding. Hunting. Hmm. Anything else? The smell. It seemed... ... oddly familiar. Reminded me of my childhood. Your child? Yes. My family lived outside the city with all manner of creatures. Hmm. When it would rain, the smell would be similar. Oh god. Okay, irgendwelche Kreaturen, die nass irgendwie anders riechen. Naja, ganz toll. Das Spiel. Also, man kann hier wirklich sehr viel scannen. Ob's das bringt, ist halt die nächste Frage. Okay. Is it a port or something? A port or something? The door is open. Oh, I'm sorry. Wie würde ich das ruckeln? Okay. Huh. Wird das nicht mit? Kann man also ausmachen, oder? Witzig. Nein, gut. Ach du Scheiße. Oh Gott. Jesus. Er kann doch nicht vorbeigehen. Nicht gut aus. Gute Mann. Ja. Don't be afraid. I'm here to help. What happened to you? Dispatch, this is Lasovsky 65621. Oh, I got an emergency here. Ein Rahmen? Da ist auf jeden Fall jemand gewohnt. Also das ist wirklich eine Wohnung, nicht irgendein... Na ja gut, Loch kann man das trotzdem nennen. Listen to me. The building's on lockdown. There's no way I can help you now. But I can get whoever's responsible for this, if you help me find him. Ow, it's bad. Don't try to talk. There's another way. He's here. Okay. I find the nerves with implants. Mittlere Maus. Ach so mittlere. Das Vorder-Links-Klick. Subject approved. Commencing Neural Interrogation. Okay. Das wird zum Thema Gedanken-Hacking und irgendwas in die Richtung... Mann! Oh, ich... Ich bekomme schon wieder gerne Lautes. Ja, furchtbar. So, hier. Huch. Okay. Merkwürdig. Boah. Was? Oh Gott, nee. Tür ist offen. Amir, ist das du? Amir, ist das du? Ich bekomme schon wieder so Gänsehaut. Das macht mich alle das Spiel. Oh Gott. Oh, Mann. Ruhe. Wie kann man so empfindlich sein? Okay. Hier liegt allerlei. Ah. Hier hochgehen. Oh, Mann. Ich weiß schon, warum ich eigentlich kein Horror spiele. Ich erwarte hier jederzeit irgendwas. Türen da hin. Irgendwie haben die es hier mit diesen Symbolen... ... ... ... ... ... Was? Hallo. Irgendwas. Ich brauche mich nicht hin. Oh! Meine Fresse. Oh Gott. Ich hasse jumpscares. Ich renne hier einfach lang. Ich renne hier einfach lang. Irgendwas wird schon passieren. Oh Gott. Mich umdrehen? Okay. Was ist das für eine Tür? Oh Gott, wo bin ich? Ich kann nicht rennen. Oh Gott, ich muss mich durch die Woche gehen. Okay, da kommen irgendwo Arbeiter raus. Ja, das war ich. Das waren meine Fußstapfen. Kann ich wieder was öffnen? Komm mal angehen, okay. Oh Gott. Ah, schön. Bitte. Ich weiß zwar nicht wofür. Eine Fresse. Also ich habe hier weder sowas wie diese EM-Sicht noch so eine Bio-Sicht oder irgendwas. Also das ist hier nur... Ich kann hier wirklich nur laufen, diverse Sachen anklicken und mit meiner Umwelt ein bisschen interagieren. Und was ist denn das für eine Tür? Okay. Also so viele Optionen habe ich hier nicht. Was... Was war das? Habt ihr das gesehen? Hätte ich hier was anklicken können? Ist aber nichts. Okay, dann klicke ich mal hier hin. Was? Ist er Kurier für irgendwas? Oh. Äh. Äh. Wieso fliegen hier Sachen rum? Äh. Läuft Wasser. Die Tür ist wieder zu. As evil as all this hell. Na, dankeschön. Unholy Wolfman. Hm. Wieso... Ach! Nein, das ist... Ich hab... Ne. Das hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer sagt denn das? Ich bin hier nicht weg. Äh. 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 Muss der da sein? Rennen mal hin. Gott. Was ist das? Was ist da? Oh Gott. Oh Gott. Echt, echt. Oh Gott, dieses Geräusch. Das klang ja gerade wie bei Silent Hill. PT. Oh Gott. Okay, dann schauen wir uns hier mal um. Fernseher. Hä? Der geht aus. So, wie lang? Ach. Okay. Lande also immer im... Immer? Schauen, ich renne mal kurz hier lang. Ich hab ne Vermutung. Und ja, ich lande hier. Auch das erneut mich irgendwie an Silent Hill, das PT. Okay, das Display will mir was sagen. Glaube ich. Dann gehen wir einfach mal durch diese Tür. Ah. Und das Bild verändert sich. Das heißt, das muss dann... Das ist auch super. Verhaupt nicht irgendwie angsteinflößend oder so. Nein. Okay, irgendwo hier mit irgendeinem Ding. Die Tür hier. Ah, ich hatte recht. Okay, wo ist jetzt... Was für ne Tür? Die. Okay, das wird die hier sein. Oh Mann. Die Tür ist zu. Was ist denn jetzt los? Ja, okay. Dieses Geräusch, dieses Grundknurren, irgendwas. Abartig. Kann ich irgendwas machen? Okay, ich muss mich wahrscheinlich bewegen. Klicke hier einfach mal alles wie gut. Alter. Das stimmt hier nicht. Oh Gott. Okay. Ich weiß nicht, wer ich wirklich verfolgt. Oh Gott. Da hat über einer eine verpasst. Den Typen, wer auch immer das ist. Hier sitzt es, wer alles nicht zu erkennen. Nur schemenhaft. So in irgendeinem Haupttransport sind, wer auch gar nichts zu machen. Hä? Das ist nur schemen. Hier ist einer. Wird das nicht... Nee, der hat aber ist gleich Tattoo auf dem Kopf, oder? V, irgendwas? Okay, halt... Okay, was ist... Was? Also die Sequenz ist länger, als ich dachte... Kann man hier reingucken? Ah, kann man. Tatsache. Bin schlau hier irgendwo reinzugucken. Hm? Oh mein Gott. Gott. Ja, schön. Alter. Das ändert ja nur ein bisschen an Outlast. Oh, bitte nicht. Ich renne hier einfach gerade durch. Schön, hier werden Leute geprügelt. Das ist doch mal eine gute Richtigungsanstalt. Wie weit kann ich? Ich kann mich nicht umdrehen, okay? Was ist hier los? Ach ne, das bin ja doch ich. In meinem Anzug, oder? Zeigt es bloß ihn? Oder durchlebe ich das? Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bin ich... Ja. Kann nichts sehen, so wirklich. Wo sind wir? Okay. Okay. Ach du Schande. Okay, wo lande ich jetzt? Alter. Okay, wo lande ich jetzt? Gott. Was geht hier vor? Ich habe immer einen. Du bist sehr. Von mir, ich meine. Nun, ich kann dich direkt durch. Ich habe gesehen, dass unter all deinen Muskeln und Tattoos, du warst wie ein großartiges Wounder. Das Wounder, verloren. Allein. Hey, zumindest du weißt, was du in die Hand gehst. Ja, ich glaube, ich habe es gemacht. Wir werden... Wir werden... In sickness, and in health, forsaking all others. To have and to hold, from this day forward, until death do us part. And you regress. No. Wir werden mit Eine Art Dusche, an die ich nicht hin komme. Ach du Scheiße. Ich stecke die ganze Haut. Ich kann nichts machen. Alter. Was ist denn hier falsch? Ich habe keine Ahnung. Was jetzt wo sie steht. Follow the... Black TV Station. Sicher? Ich bin wieder. Ich bin wieder hier. Alter. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin wieder. 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 Was ist das? Oh Mann. Oh mein Gott. Okay. Okay. Uh. So. Jetzt nehmen wir erstmal was. Okay. Okay, schon besser. Okay, und nach dieser aufregenden Fahrt, oh Gott, stehen mir die Haare zu Berge. Ja, nein. Ich würde sagen, für diese Folge war es das. Das war für mich jetzt auch Aufregung genug. Ich brauche erst mal eine Pause. Es war schön, dass ihr da gewesen seid, beziehungsweise dabei gewesen seid und mit mir gelitten habt. Also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Ciao.